Hallo, ich bin Ronald Hinspeter und ich bin Gitarrist bei der Band Die Fälscher und ich bin der Lauteste. Na ja, Schlagzeug ist noch ein bisschen lauter. Wenn ich nicht Rock'n'Roll spiele, bin ich Lokalredakteur bei der Neue Ulmer Zeitung und das schreibe ich auch manchmal über Rock'n'Roll. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wo ich herkomme, weiß ich. Von da. Zu sehen gibt es erst einmal sechs reife Herren und wir spielen reife Rock-Songs mit deutschen Texten, die aber manchmal ein bisschen unreif klingen. Auch lustig sind. Ich will das spielen, weil der Liederkranz eine schöne Location ist, mit viel Tradition. Und ich freue mich wie zau oft auch. Wir müssen uns nichts mehr beweisen. Wir rocken einfach, weil es Spaß macht. Und ihr werdet auch Spaß haben. Warum ihr kommen sollt, ist doch ganz klar, wenn ihr die Fälscher hören wollt. Klar, alle vier. Servus. Hallo. Griech, Scotland. Live long and prosper. Du desto bist du angekommen. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020